...menschloser Menschen in einem alten, unheimlichen Schloss gehen muss, ehe der Tod zuschlägt. Scarletto, Schloss des Blutes, ist der Schocker, der sie das Gruseln lehrt. Atemberaubend, spannend, sensationell. Ist ja wohl klar, dass man als Geschäftsmann hart sein muss. Jedenfalls denke ich nicht dran, für Ihr Geschäft meine Haut zu riskieren. Ich gebe euch 20 Pfund Sterling Extra. Sieht fast aus wie eine menschliche Gestalt. Ja, du hast recht. Das ist mir auch sofort aufgefallen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich würde sagen, eine menschliche Gestalt mit einer Kapuze. Scarletto, Schloss des Blutes. Des Blutes junger, unschuldiger Mädchen. Umarme die Gelächte des Blutes. Genuio! Oh, Vorsicht, Rick! Du kannst mich nicht retten. Ach, wozu willst du also dein Leben riskieren? Wenn du die Fäden berührst, wirst du getötet. Genuio ist tot. Du Mörder, du! Keinen anderen Ausweg als den Tod scheint es aus diesem Labyrinth des Schreckens zu geben. Scarletto, Schloss des Blutes. Der Schocker, der sie das Grusel nährt. Spannend bis zur Grenze des Erträglichen. Ein Reißer, der an die Nerven geht. Ein Thriller, der den Atem nimmt. Ein Film, der ihnen die Sprache raubt. Ein Film, den sie erleben müssen. Scarletto, Schloss des Blutes. Mit Miggi Hagite. Der Schocker, der unter die Haut geht. Scarletto, Schloss des Blutes. Der Schocker, der sie das Grusel nährt. Ein Film, den sie nicht.